Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 19. Juli Herr, lass deine Augen offen stehen über dies Haus Nacht und Tag. 1. Könige 8, Vers 29 In Essen ist ein Clubhaus für junge Burschen. Wenn man durch die Tür in den Vorraum tritt, sieht man dies Textwort groß an die Wand geschrieben. Der Erbauer des Hauses, ein Pfarrer Weigle, wusste, viele Menschenaugen werden auf dieses Haus sehen, freundliche, fragende und misstreuische Augen. Aber auf diese Menschenaugen kommt es nicht an. Darauf aber kommt es an, dass die Augen des geoffenbarten Gottes, des Herrn Jesus Christus, mit Liebe und Erbarmen und Gnade auf dieses Haus sehen. Dies Gebet stammt aus dem Munde des herrlichen Königs Salomo. Er betete es, als er seinen schönen, prächtigen Tempel einweihte. Salomo gilt bis zum heutigen Tag als ein Wunder der Weisheit. Und es war wohl ein besonderes Zeichen seiner Weisheit, dass er seinen Tempel unter die Augen des Herrn stellte. Wäre das Gebet Salomos nicht auch ein wichtiges und gutes Gebet für das Haus, in dem wir wohnen? Herr, lass deine Augen offen stehen über dies Haus Tag und Nacht. Wir haben es sicher schon je und dann gemerkt, dass der Teufel sich gern in unserem Haus zu schaffen macht. Wie oft regieren übler Streit und Zank? Wie schleicht sich ein bedrückender Geist der Sorge ein? Wie können schlechte Laune die Luft in unseren Häusern vergiften? Wie kann eine kalte Entfremdung eintreten zwischen Alten und Jungen oder zwischen Eheleuten? Wir sehen das und können ihm nicht wehren. Nein, wir können es wirklich nicht. Da muss Gebet sein. Herr, lass du deine Augen über dem Haus offen stehen. Ja mehr, lass die Kraft deiner Erlösung unser Haus regieren. Herr, im Alltag des Lebens haben wir dich so nötig. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Vielen Dank. Vielen Dank. Hakni massiv. Ich Product. Den Än di Konrad in dein Leben weg. Wenn du worldz'e Almagyasi fourietst, du bist nicht zu � Ron infections. Aber 70 Jahren darf. Untertitelung des ZDF, 2020